Hab mich geirrt, ich kann das nicht. Mach's gut. Trey! Also schön. Das ist sowas von einfach. Den dreifachen Achsel konnte ich schon als Kleinkind. Ist denn Ihr Partner abgeblieben? Der ist abgehauen. Scheint wohl ein Feigehahn zu sein. Was? Er hat sie einfach so im Stich gelassen? Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde diese Show persönlich retten. Oh nein! Bobby, pass auf! Ist das möglich? Danke. Aber was machst Du denn hier? Verhindern, dass Du meinen Auftritt ruinierst. Also, wie wir es geprobt haben, ab jetzt fühl ich. Ja! Was tust du denn da? Sie ist eine Roberts. Aber der Hahn ist fantastisch. Das ist doch ein Hahn, oder? Das ist ja so... Wie ist das möglich? Du schaffst das, Trey. Aber mein Dad. Zeig's ihm. Klasse! Untertitelung des ZDF, 2020